. Steht in der Kritik! Und dann das! Und dann das! Und dann das! Kroatien führt mit 1 zu 0 in der 20. Minute. Es ist ein Eigentor. Es ist ein Eigentor. Und es ist ein Fehler von Simon. Und ich glaube, Petri spielt den zurück. Aber man kann es sich noch hundertmal angucken. Also, das ist so ein handelsüblicher Rückpass. Es ist halt, ja. Komm, Unai! Alle Spiele der UEFA Euro 2020. Nur bei Magenta TV. Das war's für G klumpel. Ich will es stillen.